Hallo, hallo, willkommen in einem Video, meine Meinung zu Madagaskar 3, Flucht durch Europa. Schließt hier den Erststrahlung in den deutschen Kinos, den letzten 10. 2012, Brunstudios, Dream Mix, Dream Mix Animation, Param Pictures, Pacific Dead Images. Einspielergebnis 86,6 Millionen Euro, Produktionskosten 23,3 Millionen Euro, Gewinn 5,53,36 Millionen Euro. Kurz zur Story des Films. Nachdem die Pinguine und die Schimpansen sich nach Monte Carlo aufgemacht haben und versprochen haben, dass sie Alex und seine Freunde zurück zur USA bringen, ziehen Alex und seine Freunde, es schließt sie selbst nach Hause und müssen durch Europa. Dabei werden sie vom monogassischen Tierfingerdienst verfolgt, doch sie finden bei einem Bandazirkus-Unterschlupf, den sie mit ihrem Casino-Gewinnenden kaufen. Nun zu meiner Meinung, der Albtraum, den Alex am Anfang hat, wo alle seine Freunde alt sind, ist mega seltsam. Als Alex das New York, also seine Freunde, für ihn aus Leben gebaut haben, betrachtet, merkt er, wie er das Leben im Zoo vermisst. Wie mehr man aus dem Wasserhahn kriecht, ist mega lustig. Mit Captain Chantal de Beuys haben wir den bis jetzt bedrohlichsten, stärksten und besten Bösewicht der Filmreihe. Ihr Auftritt ist mega gut. Auch ihr Geruchssinn, mit dem sie einfach mal Alex und seine Freunde erstuppert, ist richtig gut. Die Flucht vor ihr, wo Alex und seine Freunde vor ihr fliehen, ist lustig, unterhaltsam und richtig gut gemacht. Doch nichts hält Captain Chantal de Beuys auf und wie sie den Bananengeschossen ausweicht, ist gut animiert. Doch trotzdem schaffen es Alex und seine Freunde zu fliehen. Als King Julian tot scheint, merkt man, wie sich Maurice darüber freut. Doch er ist nicht tot. Wie die Pinguine den Zug bedienen, sieht richtig gut aus. Man fragt sich aber, warum sich King Julian sich ausgerechnet in eine Bären verliebt. Martys Afro-Zirkus-Tanz ist mega lustig. Chantal de Beuys aus dem Gefängnis ausbricht, ist mega schlau von ihr. Denn sie versteckt sich in der Matratze, während die Polizisten sich in dem Tunnel befinden, den sie zur Tarnung gegraben hat. Und dann kommt es so. Die Geschichte, die der Seelbe Stefano von dem Tiger Bitalis Absturz erzählt, der es mit dem Durch-die-Ringe-Springen übertrieb. Und deswegen alles verlor, ist mega gut gemacht. Und man versteht Vitali deswegen auch. Alex Rede vor dem Zirkus-Team ist großartig. Die Szene, wo Chantal de Beuys ihre Leute aus dem Krankenhaus befreit, ist seltsam und unlogisch. Weil ihre Leute keine Fritzverletzungen haben. Die Szene, wo Marty durch die Luft fliegt, sieht mega gut aus. Der Tanz mit Gloria und Mermen auf dem Hochsteil ist richtig romantisch. Alex bringt sogar Vitali dazu, dass er wieder an sich glaubt. Und diesmal sogar den Sprung durch den brennenden Mini-Ring schafft. Was aber mega unlogisch ist. Der Zirkusauftritt ist einfach richtig unterhaltsam. Als Alex und seine Freunde wieder vorm Zoo stehen, merkt er eigentlich, wie schön das Leben außerhalb des Zoos war. Die Rede von Chantal de Beuys war schlau gemacht. Und auch, dass sie den tödlichen Pfeil in dem Handschuh versteckt hat, war schlau. Und auch die Rettung von Alex und seinen Freunden vom Zirkus ist richtig gut gemacht. Der dritte Teil ist richtig gut gemacht. Der dritte Teil hat den zweiten Teil bei weitem übertroffen. Alles hat gepasst. Der Bösewicht war richtig gut. Nur leider lernen wir die neuen Charaktere kaum kennen. Und auch Mermen und Gloria bleiben charaktertechnisch auf der Strecke. Trotzdem sagt der Film für einen grandiosen Abschluss der Reihe. Und ich habe diesen Film sogar im Kino gesehen. Als Kind glaube ich noch. Glaube ich jedenfalls. Ich hatte meinen Spaß beim Schauen des Films auf Netflix, wo er nur noch bis zum 1. März verfügbar ist. Das sage ich auch schon wieder meiner Meinung nach zu. Managasca 3 auf Flucht durch Europa. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.